Das ist meine Gattin Rosa mit drei von unseren vier Afghanen, Monique, Tascha und Quantos, in unserem von meiner Gattin wirklich liebevoll eingerichteten Wohnzimmer. Jetzt kommen wir zu einem von meinen Hobbys, unter Anführungszeichen die Bar, wobei ich mich hier ein bisschen entspanne. Von Untergeschoss ins Obergeschoss gehen wir über eine Wendeltreppe, die den Hunden überhaupt nichts ausmacht, dass sie es von klein auf gewöhnt sind. Beim Aufgehen haben sie auch einige Pokale gesehen, die von den Hunden gewonnen wurden. Hier ein Obergeschoss, mein Büro, Schlafzimmer, Badezimmer, übertreten und in den Garten. Und wie Sie sehen, ist es hier wirklich wundervoll zu leben, volles Grün. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Und nun kommen wir zur Garage. Wir sehen Sie uns am vierten Afghanen, Spidi, bei der Laufarbeit. Und wie jeder Windhund braucht er mindestens 10 Kilometer Top Training pro Tag.